Musik Hey Leute, herzlich willkommen zu Dieten Video auf Dieten Kanal. Heute sind wir in Donau, Eschingen und jetzt geht los. Musik 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 Wir sind dann in der Donauquelle angekommen. Die Donau ist der zweitgrößte Fluss Europas. Es ist 2900 Kilometer lang. Es fließt von Deutschland nach Österreich, Slowakei, und dann in Kroatien, Terbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, und Ukraine fließt von mir. Musik 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 Wir sind bei der Quelle angekommen und wir sind jetzt bei der Donauquelle angekommen und jetzt könnt ihr ein paar Bilder sehen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir gehen jetzt in den Fürstbergisten Park. Ich hoffe, dass euch die Fotos gefallen. Untertitelung. BR 2018 Hier trifft sich der Fluss Berg und der Fluss Briegel und daraus entsteht die Donau. Untertitelung. BR 2018 Wir sind zum Fluss die Videos gekommen. Unser Fazit ist, dass die Stadt sehr schön ist und dass es da viel zu sehen gibt. Lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo. Tschüss! Peace!